Da muss ich mal ausmachen. Der Sohnemann ist doch klar, der will gleich los. Ja, ich bin 48 Jahre und ich lebe seit 48 Jahren hier im Ortsteil. Ich lebe seit 48 Jahren sogar hier im Bussardweg. Ich bin einfach in Sende groß geworden. Ich bin in den Kindergarten dort gegangen. Ich bin dort getauft worden. Ich habe die Schule dort besucht, die Elbrachschule. In der Kirche war ich Mäßdiener. Mäßdiener ausgebildet, war im Pfarrgemeinderat. Ich war in meinen Sende von Anfang an aktiv. Erst selber und dann auch seit dem 15, 16 Lebensjahr bin ich durchgehend ehrenamtlich unterwegs. Trainer, Betreuer, Jugendvorstand, komplett alle Positionen und dann eben auch jetzt seit zwölf Jahren Vorsitzender vom Schwarz-Weiß-Sende. Das ist meine Heimat. Das klingt ein bisschen abgedroschen, der Heimatbegriff, aber ich bin hier gerne. Es ist ein liebenswerter, lebenswerter Ortsteil und da bin ich auch gerne bereit, mich ehrenamtlich für zu engagieren. Nicht nur im sportlichen Bereich, im kirchlichen Bereich, sondern jetzt seit sechs, sieben Jahren auch politisch. Alle Ehrenämter, die ich irgendwie mal anfange, da möchte ich dann auch meine 100 Prozent geben und dann möchte ich auch mitentscheiden können, mitwirken können und deshalb habe ich mich auch dann relativ schnell entschlossen, ein bisschen mehr zu machen. Eben den Fraktionsvorsitz der CDU. Positiv zum Beispiel jetzt ganz aktuell die Städtepartnerschaft mit Naturens. Meine Frau und ich haben da eine Woche Urlaub gemacht, sind herzlich aufgenommen worden und ich freue mich richtig, wenn das wirklich losgeht und wenn wir da mit den Politikern uns treffen und wenn wir diese Städtepartnerschaft wirklich auf eine breite Basis stellen. Freue ich mich richtig drauf. Die CDU ist breit aufgestellt. Erstmal von Jung bis Alt. Das ist wichtig. Wir haben die ganz Jungen, die Junge Union, die uns auch mal sagt, wie es anders gehen muss. Auf der anderen Seite auch die etwas Älteren, die schon ins Rentenalter gehen, die etwas ruhiger werden, gelassener werden. Aber wir haben auch die Mitte, die noch sehr, sehr viele Initiative hat und sehr viel bewirken will und sehr viel schaffen will. Und wir haben dort auch viele Mitglieder, die sich in anderen Vereinen, in anderen Gesellschaften, Vereinen, Schützenvereinen, Sportvereinen und so weiter, dort schon aktiv sind, die die breite Mehrheit der Gesellschaft vertreten. Und das unterscheidet uns zu den anderen. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Wir sind breiter aufgestellt. Konkretes Projekt? Wir fangen an. Familienpass ist ein ganz konkretes Projekt. Das werden wir jetzt im Herbst angehen. Familienpass aktuell wird fast gar nicht mehr wahrgenommen. Und wir wollen den Familienpass mit der CDU breiter aufstellen, dass mehr Familien davon profitieren. Da spiegelt sich auch rein, die Ehrenamtskarte gehört auch in gewisser Weise dazu, dass man die Ehrenamtlichen belohnt auch für das, was sie tun. Das ist, haben wir schon beantragt oder haben wir schon einen Antrag gestellt und das müssen wir jetzt nur noch ausarbeiten. Das Gebiet ums Rathaus, wo jetzt die ganzen größeren Handelsketten sind, großräumig zu überplanen. Wir wollen das Einzellandeskonzept nochmal neu aufbauen. Wir wollen schauen, was wir mit diesem Gebiet machen können. Wir stellen uns dort vor, wohnen, arbeiten und auch leben. Vielleicht auch mal leben mit Gastronomie. Wir von der CDU stellen Anträge, die weitreichender sind, die mehr Gestaltungsspielraum kommen lassen, die aber dann letztendlich zu einem besseren Ziel führen.